Heu, war zwölf, da wird noch ein paar Höhe. Heu, war zwölf, wir sollen doch endlich gehen. Heu, war zwölf, die Stimmung ist dahin. Heu, war zwölf, ist finster immer in Wien. Und geht endlich baden mit diesen Scheißmaßnahmen, denn wirklich, Wien geht wirklich unter damit und auch gegen Rauchen natürlich. Rauchen muss eben sein in Wien und auch in Österreich. Und das ist Pflicht. Nicht von mir erfunden, weil das ruiniert wirklich vieles. Heu, der Augustin, sind unser Lirla-Fäsche von heute gegen rechts für die Diktatur. Und Masken sind vielleicht eh gut an sich, weil da erkennt man gleich die Idioten auf der Straße.